Der TSV 1860 München ist am Abgrund und Trainer Benno Möhlmann denkt an Abschied. Nach der erneuten Niederlage am Freitag gegen Schlusslicht Duisburg ist der Abstieg in die 3. Liga so nah wie noch nie. Benno Möhlmann denkt offen über das Verlassen des Vereins am Saisonende nach. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der Möhlmann-Abschied sogar bei einem Klassenerhalt feststehen, denn das Verhältnis zwischen dem Trainer und der Mannschaft stimme nicht mehr. Erst im Oktober letzten Jahres hatte Möhlmann das Traineramt von seinem Vorgänger Thorsten Fröhling übernommen.